So dass der Pool halt sauber steht, dass wir einen sauber spiken können, wenn da wieder 20.000 auf Damage stehen, dann wird es wieder blöd. Okay. 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 Empathie drauf auf dem Rund. Okay. Für die nächste könnt ihr in der Anna stehen bleiben, die Anna triggert immer dort wo ihr steht geht mit die springer siegel zum glück gut gut ja gut der erste pulverhalt hat schon mal gut energie gekostet bots ansage ja gut ist mein herm partie drauf gesteht runter springen mit evans luft runter der erste ja passt das steht um Oh, hier kommt okay. Oh, jetzt. Nice. Na toll. Kein Moment, Jakob. Ich muss mich ankasten. So, ich muss dann wieder durch. Auf dem Weg. Wir machen dann noch einen Türkenkreis. Das heißt, wir kuscheln gleich um Yadat. Let's go. Türkenkreis. Sehr schön. Ah, ich nehme sie nach oben weg. Rechts zwei Worte aufpassen. Das ist das Lied. Das ist das Lied. Das ist das Lied. Ja, das ist gut. auch presprayen Ja, abzuhören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 nix versprechen naja alles gut aber anders auch nicht durch ja Achtung, Koppel! Ich spring von oben runter, Sven, dass ich mit dem hier kein Problem kriege. Schreitzen, Leute! Nehm auch eine Rolle, weil ich dann noch eine halbe Stunde umlege. Let's... Äh, ich mach die ganz längs. Wir fangen hier an mit den... Wer ist noch ein Hunger? Ja, wir haben keinen Lock, den kriegen wir nicht los. Der hat glitcht im Gang. Das ist mal ein bisschen los. Das ist ein wenig kürzel-damage-wert. Ein Damage. Mach ich die zwei... Wir haben uns anderen Wicker gegeben. Mach die Viora-Ranke. Du machst die Viora, dann bleibe ich hinten mit ableiben. Machst Jakob die, Anna die, du die... Genau. Alles klar, passt. Okay, ihr seid bereit, dann go. Und dann fangen Sie mit über zwei Mitarbeiter aus. Aus dieser Stelle versichern wir einen Teil. Und dann, geh mal wieder auf diese... Wenn ich, jetzt mal wieder zu loben. Ja, ich dritte, dann bin ich mit... Ich bin gerade wach. Nicht so richtig. Ich bin gerade wieder auf. Und dann, also kann ich jetzt rein. Das ist mir ganz gut, wenn du in die Pfanne fest hast. Ich bin gerade noch mal wieder. Und dann habe ich noch ein paar Minuten in die Pfanne. Das ist jetzt schon so ganz gut das Mal. Ich bin gerade außerhalb von Herbergen, Du bist gerne hier in meiner Papst. Ich bin eigentlich auch hier hinten. irgendwann gerettet hast du dir fehlt ein band gerade ich lasse mich nicht treffen ich will nur die gruppen mitbringen was erwartet wird und unterschiedlich schnell ja ich war schon ich weiß wie das geht und ich gucke dass sich hinten geister ist mit reinbringen dafür habe ich in vorne ich schätze ich so gut das ist auch noch so grundlicht weißt du nicht warum oh Gott, Emo war tot ja gut, bei mir jetzt hier verrecken ist halt fail, das ist ja bewusst was ich damit ausdrücken wollte ja, steht halt nix jetzt kannst du triggern lassen ich bin bei Sven das ist Sven, sorry ja, wir springen alle hoch dann kriegt Anna in die Recall wer ist denn jetzt hochgepft, auch Anna, ja, wir haben ja was der IAO, was im Wunder ja, wir haben jetzt halt auf Funways gespielt, wo wir keinen, was auf dem IAO haben auf dem IAO ja, auf Anna da dauert das lange, bis sie da ist ja, so wie eine Gruppe war halt ein Cave Entrance hmm hmm Lass uns mal kurz warten. Lass uns mal kurz warten. Lass uns gleich einmal Sven Körnern gehen. Pass auf Recall auf, falls du den schon oben hast. Habe ich nicht oben. Hast du Quest lassen? Ja. Okay, dann könnte man nämlich 1 zu 1 tauschen gleich, wenn wir Sven haben. Was ja gar nicht so schlecht wäre. Wenn sie schon gesettelt sind, ist egal. Aber dann kann Sven, wenn wir, dann kannst du wirklich hier bleiben. Und nicht, ich wollte jetzt noch holen. Nein, nein. Wenn sie gesettelt sind, kannst du nicht mehr rausziehen. Wenn sie dann aggro ist, kann es sein, dass sie da hinten durchgehen. Gut. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Genau. Kannst du mal machen. Die, die stehen, die stehen. Wir retten Sven gleich. Jens geht gleich Sven retten und dann können Emo, TT und so. Ihr tauscht einfach und wenn du die Quest hast, springst du halt hinten rein. Macht keinen Unterschied. Ja, ganz entspannt. Ja, ganz entspannt. Das ist doch kein Shadow Step, deswegen. Ja, es passt alles. Ganz entspannt. Ja, war fast abzusehen, dass es passiert. Ja, du. Mit Witz und Geister. Ja. Auch wie bei den Todbringern. Einfach C-Target stehen bleiben. Genau. Platz geben. Bregen ein Stück weg. Und jetzt gehen wir auf. Ich hatte selber aber auch nicht Depp wahrscheinlich. Tatsächlich habe ich das wahrscheinlich. Tatsächlich habe ich das wahrscheinlich. Ja. Warte kurz. Hast du schon? Ja, ne? Ja. Viel weiter komme ich. Ja, ist gut. Über ihn haben wir ein bisschen was geschafft. Genau. Ja. Ja. Da ist ja schon mal. Und jetzt geht es ganz gut. Ja, da ist einfach... Wir normativen. Ja, wenn du auch mal gespielt hast. Wir pullen die dann. Dafür steht der AoE gut. Wir haben gerade noch mal AoE geguckt, aber er steht dafür sehr gut. Ja, oder? Ja. Ja, genau. Ja, ich ziehe ihn schon zurück. Ja. Macht Sven. Er zieht immer ganz an die Wand dran, aber ich glaube mit der Distanz hätte es auch gut gepasst. Ja. Jetzt haben wir Agro. Jetzt haben wir Agro. Jetzt haben wir Agro. Wir haben eher Agro. Wir haben eher Agro. Ja, ja. Aber guck dann, dass du einen neuen stellst. Ableben, Kosta. Ja. Sauber. Ja, das ist ein Spike. Aber ja, meine Energie war weg. Ja, ist klar. Wenn wir alle vorne drin stehen. Ja. Aber war clean. Ich habe mich noch mit dazugestellen und hofft, dass ich vielleicht 1-2 Energie wieder reinkriege, aber... Alex, bleibst du eben vorne in Range. Ich hole schon für die Tengos was. Ja. Okay, du bist da hinten. Das ist schlecht. Ja, kommt bei allem. Dann brauchst du. Ähm. Was werden jetzt da hinterste? Ja, dann kann ich gleich haben. Werde, kannst du vor dem Schritt stehen bleiben? Ja. Danke. Pfff. 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 Ja, wo ist das denn? Oh, wo ist das denn? Oh, da ist durch. Alles, alles. Alles, alles. Alles, alles. Ich weiß. Ich bin ja, was könnte man sagen. Boah. Er arbeitet gegen uns. Mhm. 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 So, ich pull den nächsten Raum, ne? Ja. Ja. Also, ich brauch irgendwie ne Leitband wahrscheinlich dann. Ja. Ja, wir werden zum anderen hier. Ja. Oh du. Mhm. Eh wieder alles weg. Okay. Ja. 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 Die braucht ja gar nicht wirklich viel ziehen, die können wir so nehmen. Moment. Ich hab eh gesteilt. Fuck. Kannst du mir ne Seed geben? Ich hab ne Bindung bei Lasse drauf. Ja, der war aufgelaufen schon. Kann ich mir ne Dicker rausholen? Du kannst doch deinen Bogen rausholen. Ja. Oh fuck. Ich hab ne Szehn. Jetzt pack dir weiter durch, ne? Warte, lass. Der Evo hat ein Problem. Wartet, wartet. Nee, Energie noch. Also, ich hab gerade keine Bonds bei euch. Oben bei euch. Ja, dann sollten wir vielleicht nicht zweiken. Deswegen sag ich, der Evo hat ein Problem. Wartet. Ja, jetzt hab ich Eta durch. Jetzt kann ich ja gerne mal durchbonden. Ja, das wär gut. Bevor wir da reingehen. Ohne die Bonds vielleicht mal Seed oder so. Das ist ja vorne dumm geklappt. Ja, jetzt. Jetzt haben sie alle ein Band drauf. Ja, dann. Gehen wir los. Wir sprechen durch. Bis zum Schluss. Verkauft eure Bänder genauso schnell wieder. Oh, da musst du siegenstehen, Leute. Selka Cola, was soll ich denn machen? Durchreizen einfach. Wir haben's gleich. Fang ich schon an, hier zu sterben? Oh. Ja. Das ist die WG ganz geil. Das triggert einfach immer. Ja. Das war so. Ams. War gar nicht los. War was? War was? Ja, genau. Das machst du schon? Ja, ne? Ganz hinten. Ja, ne? Ja, ne? Ganz hinten. Wir pushen. Ja, was. Mhm. Passt auf eine Key auf der Sound. Weitere von Armona. Ja, er hat nicht den Tanksold. Jaa doch, da haben wir eh wohl... Das ist nago's worden. Das tut jetzt weh. Da bleiben wir ruhig hier dann, ne? Ja doch, da bleiben wir immer da, hätte ich gesagt. Bitte nicht mit Argo. Das muss ich glaube aber in der Schattenform nix, komplett gestrippt. So. Gebekehren auf Cast Range. Oh. I think that is good. Oh god, ich hab... Im ungewöhnlichsten Zeitpunkt, dann werden Cons auslaufen. Backfire und Unblame haben Reamy, aber Unblame ist nicht sorgfiel da. Lassen wir uns die zwei kleinen Dama töten. Jaa. Also ich geb dir schon mal ein bisschen Energie. Ja. Das funktioniert sehr gut, ne? Ja, mit den zwei kleinen Tönen Lasten. Lasse, pass auf, ne? Ja, ich... pass auf. Wenn du jetzt nicht zurückläufst, ist alles gut. Ja... Wenn ich da hinten fusen muss, dann lauf ich zurück. Wenn ich da hinten fusen muss, dann lauf ich zurück. Ja. Boah, das ist jetzt so lange cool mit Augen, Alter. Vicking. Ich auf Bonds wartet, ist richtig, oder? Ja. Full Bonds? Ja. Cool. Du hattest ein Band, das reicht nochmal, wir haben das Siege stehen. Ja. Der fauler Emo, sagen wir mal so. Mhm. Der hat in den Räumen davor schon genug zu tun gehabt. Ach, musst du einmal Tassen drücken. Ja. Einmal, wollen wir ein bisschen mehr machen, ne? Ist gleich nix. Okay, die Seed hat gut getarried grad. Wir ziehen wieder an die Sting, oder? Ja, wenns geht, dann die Schlangen. Sven passt auf mit EOE. Guck, dass du die Magos noch kriegst, Lasse. Ja. Wenn du sie angebaut kriegst. Jens, du passt auf, als die Gegner hinten in die EOE laufen, dass du direkt nach vorne springst. Ja. Ausieht gut aus, Sven scheint zum Griff zu holen. Ich würde sagen, die nehmen wir so weiter. Ja. 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 Ja, ja. Das ist kein Problem, ja.